Hallo und herzlich willkommen zurück zu Esschöne. So, aufstehen, ausstehen. Weile Gates, weile Gates. Wo war man stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Ist da eigentlich ein Wurmloch oder was ist das da? So merkwürdig aus. Ich bin mal gespannt, wie die anderen Planeten aussehen. So. Wir brauchen mehr Platz. Generell brauchen wir mehr alles. So, du bist durch. Dann kommt der nächste. Wir brauchen mehr Plattformen für mehr Windenergie. Hatte ich die eine freigeschaltet gehabt? Ich glaube schon, oder? Ne, darauf warte ich genau noch. Das heißt, wir müssen mehr Beiz einschalten. Das wäre nicht schlecht. Das heißt, wir gehen in die Höhle. Und was habe ich alles dabei? Ein fast fertiges Harz. Den Hammer, den können wir da lassen. Ich weiß gerade nicht, wohin damit. Problematisch. Na gut, packen wir erstmal da hin. Kommt da hin. Ja, keine Ahnung. Booster. Oh, ich habe mal die Dinger. Ja. Ja, ja, ja. Da geht's rein. Nehmen wir noch kurz die Pflänzchen ein bisschen ernten hier. Gibt's auf den Bäumen hier irgendwas drauf? Weil die, ein paar von denen haben ja so eine lustige Verwurzelung. Ach genau, da hinten wollte ich ja noch wieder hin. Und das Ding mal weiter untersuchen. Aber ich glaube, das war alles, das, ähm... Da sieht es nach allem aus. Oh Gott, mhm. Ausgegraben. Oh Gott. Mach keinen Scheiß. Da rollt es davon. Ich glaube, mehr gibt's da nix. Shit. Ja. 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 Alles gut. Ich krieg schon wieder so viel nachgewachsen. Meine Güte. Ach. Entschuldigung. So. Okay. Und natürlich gerne noch in der Höhle weiter suchen nach mehr Forschung. Trotz'n aus. Eins, sieben. Nice. Oh. Vorsicht. Oh Gott. Kein Scheiß. Oh, Leggy, Leggy. Nice. Entschuldigung. Da hinten gibt's noch was. Da oben, was ist das? War das? Meer. Sink. Hier ist also die Höhle eine Sinkhöhle, sag ich jetzt mal. Wo ist vor allem ganz viel Zing. Beziehungsweise, glaube ich, sogar nichts anderes. So. Da hinten schon. Kohlenstoff. Der Rest ist wieder nur Schrott und Schrott und Schrott. Was bist du denn? Oh Gott. Die sind neu. Also. Oh Gott. Mhm. Die Art ist neu. Die ganzen Art. Das ist, ähm. Kennen. 65 Bytes. Uh, okay. Gab's hier einen Forschungsplögel? Kein Plögel. Oh, da geht's weiter. Hallo. Hm. Hm. Wäre die gern. Aluminium oder Kupfer? Das wär toll. Müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter gehen. Okay, nur wo ist weiter, ist die Frage hier. Neun Höhlen ist es... Oh, hier geht's weiter runter. Ich sollte nicht ohne Bindungen runtergehen. Bindungen waren gemischt, ne? Ähm, tja. Gemisch, gemisch. Da müssen wir erstmal nochmal zurück. Ganz kurz. Und was mitnehmen. Platz schaffen hier mal. Alles stinkt. Nee, du bist kein... Du bist Kohlenstoff, kann das sein? Warte mal. Oder? Nee, es ist auch... Hm. Sah so anders aus. Aber ich glaube, das ist immer noch... Nee, da ist... Da ist auch was anderes dabei. Ha? Hm. Das ist Kohle. Oh. Oh oh. Ich seh nix mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Upsi Daisy. Oh da. Upsi Daisy. Hm hm. Ähm. So. Weiter machen. Ähm. Da ist Kohle dabei. Das ist gut. Das heißt, wir könnten... Sogenot mal einen großen Generator anschmeißen, weil... Vorher gab es dann die Kohle auf den Startplaneten. Und jetzt anscheinend schon. Sehr gut. Hm. Da ist cool. Anscheinend extrem wenig. Obwohl das war wieder Zink. Obwohl ist das alles nur Zink? Ich weiß nicht. Das sieht so schwarz aus. Das ist so... Ungewohnt. Hm. Aber ich meine, ich hätte gerade Kohle gesehen. Oder will ich mir jetzt nur einen? Ich schwöre. Hm. Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Ja. Kann sein. Schade. Hm. Nun gut. So. Was habe ich gesagt? Gemisch, ne? Ähm. Zink. Kann ich ganz ehrlich gesagt. Hier lassen wir es nämlich gerade nicht mehr brauchen, als wir jetzt bereits schon haben. Äh. Sorry. Eine Verbindung habe ich. Eine Einzige? Doch so viel. Hup. Ach, kein Scheiß. Nicht durch die Welt fallen, bitte. Nicht durch die Welt fallen. Okay. Oh, danke. Wollen wir mal ganz kurz irgendwie begradigen? Muschel. Hm. Ja. Sehr viel besser. So ist gut. Okidoki. Oh. Laut im linken Ohr. Oh. Sind wir durch? Wir sind durch. Nice. So. So. Ich war bei dem ganz großen Lager. Das bist du. Boom. Sehr schön. Die Masse macht es bei den Dingern. Definitiv. Auch echt viele. Ist gut. 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 Sehr schön. Ist doch Gemisch und Arzt. Und eine Hülse? Oder habe ich hier abgebaut? Ich habe hier abgebaut. Oh je, alles. Püff, püff. 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 Vielleicht bauen wir uns dann als nächstes mal so langsam, also orientieren wir uns langsam Richtung Vehikel. Würde mir, glaube ich, sehr gefallen. Wo ist meine Leine? Da ist meine Leine. So. 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 So, 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 so. Hier ruckelt es gerade ein bisschen. Na. Jetzt tu doch mal. Achso, ich habe noch nicht genug. So. Oh. Ruckel, 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 ruckel. Und du? Oh. Oh. Okay. Okay, bist voll. Das heißt, wir als nächstes hätte ich gerne, ich glaube, ein bisschen... Mh. Ruckel. Und wir machen ein neues Wind-Ding. Und wir machen ein neues Wind-Ding. Ja. Ja. Stimmt. Ähm. Wiekebay. Wiekebay. Stimmt, stimmt, stimmt. Ach, das sind... Ah. Jetzt. Oh mein Gott. Mind-blowing. Ich sag's euch. Ich habe gerade erst verstanden, was diese Dinger hier oben bedeuten. Rucksack-Crafting. Kleiner. Ähm. Ne? Dingens. Mittlerer Drucker. Vehikelbucht. Damn! Okay, wo ist sie denn? Die gute Vehikel. Großer Drucker. Du bist der große Drucker, oder? Ja. Freigeschaltet. Okay. Großer Drucker. Wo baue ich dich denn? Wahrscheinlich im mittleren Drucker? Oder im kleinen Drucker? Du bist ja der mittlere Startdrucker. Okay. Großer Drucker. Drei-Gemisch. Dann... bauen wir den großen Drucker. Aber der große Drucker kann doch niemals das große... Keine Ahnung. Vielleicht doch. So. Unser Harz ist da. Yippie-a-yay. Schweinebacke. Okay. Wir haben... Stromprobleme. Der normale Generator. Dauerstoff mache. Noch mehr von? Dittelgroßer Generator. Aluminium, Wolfram. Also nein, der ist noch nicht im Bereich heute. Glas und Kupfer. Bist du? RTG. Nanocarbon, Legierung und Lithium. Leider. Okay. Traktor. Wollen wir den Traktor schon mal freischalten? Hänger. Okay. Was gibt's hier? Was gibt's hier? The buggy. Buggy. Mittelgroßer Rover. 1, 5 und 3. Kran. Der Kran. Äh, der Große. Unterkunft. Oh, ich stehe scheiße. Entschuldigung. Boah. Boah. Der Rover. Und der Shuttle. Hoppala. Okay. Also würde ich sagen... Wollen wir den Traktor auch schon mal bauen dann? Wenn da kein Aluminium war. Ja. Das machen wir. So, dann wäre der große Droger. Ist Fettich. Großer Plattform. Monats. Einten. Ich wollte eigentlich noch zum Weg gehen. So. Gut. Warte mal eben. Das Ding... Nein. Wiederhaben, wollte ich sagen. Muss erst leer machen. Äh, geht noch einer? Okay. Oh. Mhm. Die Windturbine kommt dann auch gleich. Oh Gott, das ist kein Platz. Das ist kein Platz. Wind, wo bist du denn? Du kommst kurz weg und dann noch mal ganz kurz ein bisschen Rasen mähen. Okay. Habe ich den nicht schon? Der Buggy ist jetzt zwar kaputt, ne? Da ist wieder Forschung. An dem schwebenden... Ding? Oh. 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 Alles Schutt. Ah. Na gut. Ah nicht. Ja. Hetzt mich nicht. Sägen Sauerstoffschütten. Ah. Pustust. Jaha. Mein Gott. So. Mach' ne neue Reihe auf. Ich denke... Ich denke... Schon, ja. Gut. Hm. So in diese Richtung vielleicht. Womit dreh ich mit C. Passt das? So hätt' ich's gern. Ja. Und... Okay. Okay. Gut. So. Done. Wollten wir einmal das da drauf packen. Äh. Ach so. Funktionierst du, oder? Du hast extra große Sachen. Aha. Oh. Ne Unterkunft. Extra große Plattformen. Eisen. Oh. Shit. Okay. Wir brauchen Eisen dafür. Haben wir nicht. Okay. Okay. Äh. Ne. Ne. Wir brauchen... Wir brauchen mehr... Plattformen gerade. Welche hatte ich noch freigeschaltet? Welche Plattform? Wie bist du? Du kostest nur 2 Harz. Haben wir noch mehr, die wir uns leisten können? Du kostest 3 Eisen. Du kostest 2 Harz. Also nehm ich dich. 500 kostest du. Gut. Das merken wir uns mal. Ähm. Wie viel... Der kleine Drucker. Du brauchst... ...n Anschluss. So. Drücke mal. Wohlenstoff. Äh. 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 So. Drücke mal. Gut. Derweilen gehe ich noch ein bisschen Sachen abbauen. Und ähm. Forschung sammeln. Öff. Äh, äh. Äh, äh. Äh. Ähm. Ähm. Ähh. Äh. Äh. Sehr gut! dann lasst uns dies drucken als kleines zwischendurch lager plattform b so du bist auch fertig sehr gut auspacken der hammer kommt erstmal kurz weg nun meinetwegen auch ganz kurz ich brauche ich und du kommst dahin wo du ihn gehörst genau das dauert immer so lange kann ich das noch irgendwas war da gewesen nein okay also die kann ich wird ein bisschen weiter ziehen war's schon so da kann strom produziert werden wunderbar 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 hallo hallo auspacken und nach da hinten stecken weil hier hinten sicherlich ein bisschen besser luft dran kommt dann bist du ist das lager du druckst du druckst mir noch so ein ding bei haus do it so gut dann haben auch das geschafft so du darfst dann jetzt doch erstmal kurz weg du hierhin so wie die zwei mit aufgehört mist vielleicht verteilen vielleicht auch verteilen dass wenn es mal irgendwo ein bisschen besser puzzle als woanders wir gucken mal ja schon okay wasscht wasscht so lager etabliert wie schön und du kannst erstmal da drauf nein ich bin so auf tab gewohnt mit diesem inventar das ist schlimm so okay wir brauchen also wir brauchen generell einige ärzte deswegen äh einmal ganz kurz das inventar etwas besser sortieren gut so weit so gut okay dann gehen wir mal in diese Höhle zurück und hoffen noch andere Dinge zu finden ah nicht den selben Fehler machen wir müssen ein Gemisch mitnehmen für die neuen Verbindungen die verbrauchen werden zum Erholer 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 okay oh schon fertig ups ich hab keine Forschung mehr nicht schlimm ja ja Verbindungen so guter frischer Wind hier sehr schön ich kann ihn nicht liegen lassen aber leid da slide 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 nicht in den Tod hoffentlich okay geben wir erstmal hier was hab ich gesagt wo war der der runtergang ich glaub auf der Seite da sind zwei von denen wow jetzt hier runter na semi warte mal okay also zwei von diesen diesen Dinger die müssen wir mit Strom öffnen soweit ich weiß mal ganz kurz hingucken und hingehen und das Dinger mal angucken so dann hast du nämlich eine Stromverbindung und ich hab Aluminium gefunden äh sorry und äh ja steht hier Exo Dynamics Forschungsunterstützung Feldforschungseinheit halten zum Freischalten gewünschte Energiezufuhr äh achso halten zum Freischalten gewünschte Energiezufuhr aufrecht okay ja ist okay aber ich habe da gerade Aluminium entdeckt deswegen mir wurscht habe ich gerade auch so ein Eisen entdeckt alter Vater hier ist Jackpot oh langsam oh wow hier ist ganz schön so ein Deppert ähm kann ich nope hop weil ich gerade nichts im Kanister habe ich habe nichts auf dem Kanister haha so ganz kurz hier die Dinger so und los geht's hahaha was bist du denn du bist Kupfer du bist Kupfer okay auch gut Laterit oh Laterit war ähm nee Laterit war Kupfer ne oder glaub schon ich weiß es nicht mehr oder Lithium nee Lithium nicht ähm ist ja auch egal ist ja auch Wurst Hauptsache wir haben es gefunden oh yeah und eine riesengroße Vene das ist das ist vor allem wichtig lass mich den noch mitnehmen mhm 1 2 3 4 Plätze habe ich noch frei da machen wir dann Aluminium draus wo habe ich es gesehen warte mal erstmal Forschung auch mitnehmen weil hier so viel Wert ist ich glaube hier habe ich ein bisschen Forschung zerstört das kann sein Drift Happens so wie schaut es hier aus hallo hallo da ist mein uh Baby ja wo lang gehen wir ich nehme die andere mhm wobei jetzt bin ich gerade hier ist doch egal so da sind wir das ist Quarz verdammt das wäre Alu Mist gut jetzt trotzdem mit so ich habe ich noch einen Platz habe ich noch na gut lieber Quarz haben als Quarz nicht haben ne oh Vorsicht okay Giftwolke ist da geblieben okay damit sind wir voll Jutti okay wir haben immerhin Aluminium und oder Kupfer gefunden und ähm Dinges was das heißt jetzt haben wir ne Menge Glas immerhin Alu wäre mir gerade lieber gewesen ein bisschen mein Kupfer wäre mir gerade sehr viel lieber finden wir auch noch wir müssen nur Tiefrieduch erkunden wie wir gesehen haben gibt es hier doch verschiedene Dinge zum Glück diese pinken Bällchen sind super niedlich so so ist besser und hier ist der Weg definitiv auch wäre viel besser und weniger gefährlich dass ich nicht hier in nichts falle kann daran nicht vorbeigehen tut mir leid okay Glas war für Windkraft aber gut dann können wir halt noch mehr von den Winddingern bauen ist auch okay also ist jetzt nicht unbedingt was ganz doll Schlimmes ähm was ist das danke ne oh 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 sorry wenn du das jetzt mal da einfach drauf setzen danke mal lachet ist Kupfer deswegen das ist Aluminium viel mir gerade so okay für mit von Dank und überhaupt Aluminium können wir jetzt was genau bauen ähm war es freigeschaltet dafür du warst Aluminium 2 Traktor und der Hänger kostet Gemisch und Aluminium er kostet 1500 das heißt wir müssen auch neue Forschung haben wir in der Nähe gesehen gehabt bestimmt da zwischen den Bäumen da hinten wäre noch eins da vorne ist noch eins zwischen den Bäumen bestimmt Gott diese Riesenwurzel super witzig oh da war ein Loch so haben wir schon mal unsere Fortbewegung immerhin gesichert weißt du jetzt lobt dich doch so dass es so windig hier ist und dann weht hier doch nichts weil der Wind weht doch jetzt weht er wieder okay alles gut alles gut so gut 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 Aluminium kann ich denn das Ding hier drucken oder muss ich die Vehikelbucht oder gibt es überhaupt die Vehikelbucht noch überhaupt sieht aus wie hier vielleicht aber nee das Ding war im mittleren nee im kleinen ach okay im kleinen Drucker na gut der ist ja klein der ist ja verdammt klein nun gut so hallo mehr Glas und wir können mal eben ganz gut das Organische einmal hier abgeben oh läuft blüpp ein kleiner Traktor mörp hihi ach wie süß oh ja hat kein Strom ähm hast du keinen Stromspeicher du doofes Ding hat er nicht oh god okay doch hat er wohl aber warum lädt er nicht brauchst du selber Windpower das sieht doof aus aber gut Wind wehe doch wehe doch endlich so war Windu toll hat ja alles nix gebracht ah gut kann ich ein bisschen organisch besorgen bitte danke oh man ah er lädt sehr schön gut so dann fahre ich mal ganz kurz aufs Seite er ist süß er ist toll ich mag ihn halt bleib stehen danke super oh man glaubst du klar er schleudert noch fertig ja zu viel Stromverbrauch zu wenig Wind meine Güte jetzt mach zu Ende da meine Güte das necke ich mir erstmal vor schon gerade 1,5 ne ich klinge bisschen auch so zusammen weil hier zum Glück sehr viel wächst und die Masse macht in dem Fall und wenn es nur 20 Stück sind pro ungefähr im Durchschnitt machen 10 von 20 Dingern auch immer noch sehr sehr viel aus so haben wir du hier fast du drehst die immer noch gut aber die drehen wieder mit das ist gut bisschen mehr Strom jetzt mach doch mal zu Ende ach na endlich nervt nervt weil kann man jetzt mal zusammenpacken die sind ein bisschen verstreut da kann ich über den Wind hier dran packen weil die muss ich nicht nicht hier beaufsichtigen sag ich mal du da hin ja 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 oh ruckel ruckel gut weitermachen das rohe Zink könnte man ja mal bearbeiten glaube ich so weit so gut einmal das das bleibt hier da ist nichts dran okay das bleibt auch hier irgendwie so du kommst da hinten am besten und ein da kommt jetzt mal Wind okay und zack du kommst erstmal da hin und auf den Traktor dann bei Gelegenheit so so Erkundungstour weiter geht's beziehungsweise in der nächsten Folge geht's weiter bis zum nächsten Mal und tschüssi bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal.